Hallo liebe Zuschauer des Richtige Wahlkanals. In diesem Video werde ich über das Hoover H3WS610TAMCE1S Waschmaschine sprechen. Kennen Sie dieses Modell? Schreiben Sie gerne in den Kommentaren unter diesem Video, was Sie davon halten. Wenn Sie das Gerät kaufen möchten, dann schauen Sie gerne in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie Links mit den aktuellen Preisen und der aktuellen Verfügbarkeit. Fangen wir an! H-Wash 300 Plus Die Hoover H-Wash 300 Plus Serie schützt Ihre Kleidung dank einer breiten Auswahl von Programmen für die Wäschepflege. Ausgestattet mit dem neuesten Invertermotor sorgen diese Waschmaschinen für die perfekte Behandlung Ihrer täglichen Wäsche und schonen alle Stoffe und Farben. Erzielen Sie hocheffiziente Ergebnisse. Bequem in Ihrer Wohnung. Neuer Invertermotor Dank des neuen Invertermotors erhalten Sie die zuverlässigste und langlebigste Leistung in Kombination mit der höchsten Energieeffizienz auf dem Markt. Pflegeprogramme Die Suhova Serie bietet ein umfassendes Angebot an Waschprogrammen, um die Fasern all Ihrer Lieblingskleidung länger zu erhalten, ohne dabei auf beste Waschergebnisse zu verzichten. Mengenautomatik Durch spezielle Sensoren wird bei der Mengenautomatik-Funktion innerhalb der ersten vier Minuten eines Waschzyklus das Gewicht der Wäsche abgeschätzt und Wasser, Energieverbrauch und Waschzykluszeit entsprechend angepasst. Allergy Care Programm Der Allergy Care Programm wurde entwickelt, um Allergene und Bakterien aus Ihrer Wäsche zu entfernen, indem die Waschtemperatur über einen längeren Zeitraum auf 60 Grad Celsius erhöht und die Spülphase am Ende verlängert wird. Es ist das ideale Programm zur Desinfektion von normaler Wäsche und Babywäsche und gewährleistet die beste Hygiene für Ihre Familie. Keine Fehler mehr beim Waschen Die Hoover Wizard App wird Ihr gesamtes Wascherlebnis verbessern. Von der Leistung über die Effizienz bis hin zur Hygiene und Pflege Ihrer Wäsche. Sie können auch auf eine Liste zusätzlicher Spezialprogramme zugreifen und dasjenige auswählen, das perfekt zu Ihren Bedürfnissen passt. Sie erhalten Vorschläge zu den besten Einstellungen und nützlichen Waschmitteltipps. Hoover versteht Sie mit nur einer Berührung. Das Konnektivitätssystem OneTouch mit NFC-Technologie unterstützt Sie bei der Nutzung Ihrer Maschine mit besten Waschergebnissen und Energieeffizienz. Laden Sie einfach die Hoover Wizard App herunter und halten Sie Ihr Smartphone an das Gerät und finden Sie alle Informationen zum Waschen perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Langlebige Leistung Erhalten Sie die Gesundheit und Langlebigkeit Ihrer Waschmaschine länger und mühelos dank der programmierten Wartung. Die App sendet Ihnen Benachrichtigungen für die Filterreinigung und den Entkalkungszyklus und unterstützt Sie Schritt für Schritt dabei, die optimale Leistung aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus können Sie den Ratgeber zu Störungen einsehen oder sich Schritt für Schritt vom Kundendienst beraten lassen, um eventuelle Probleme zu lösen. Hilfreiche zusätzliche Unterstützung Brauchen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Programms? Geben Sie Ihren Textiltyp die Farbe, den Verschmutzungsgrad und die Art des Flecks ein und die App schlägt Ihnen das beste Programm und die beste Einstellung vor, um perfekte Ergebnisse zu erzielen. Außerdem können Sie auf zusätzliche Vorschläge, Fleckentipps und Etiketten zugreifen, um das Beste aus Ihrem Gerät herauszuholen, während Sie Ihre Kleidungsstücke pflegen. Überlegen Effizienz in A-Klasse In Übereinstimmung mit dem neuesten Energie-Label reduziert diese Waschmaschine der Energieklasse A den Verbrauch um bis zu 51% im Vergleich zu einem Gerät der Energieklasse G. Diese Energieklasse A-Waschmaschine spart Energie und schont die Umwelt. Ich habe mir die Bewertung von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Kein Aquastop-Schlauch, die Symbole auf dem Display nicht selbst erklären. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Sehr leise, viele Programme inklusive Dampffunktion. Die Bedienung per App kann man sich sparen. Die Preisleistung ist top. Sie ist leicht zu bedienen. Das war mein Testbericht zum Huber H3W S610TAMCE 1S Waschmaschine. Den Preis dieses Modells finden Sie, indem Sie den Links in der Beschreibung unter dem Video folgen. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und wenn Sie das Video liken. Die nächste Rezession folgt schon in Kürze. Abonnieren Sie unseren Kanal und klicken Sie auf die Glocke, um es nicht zu verpassen. Bis bald!